Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Menschen säten Gewalt und brachten Schlechtes über die Welt. Darum muss man uns auslöschen. Die Sintflut kommt. Wir bauen ein Schiff für die Unschuldigen. Mutter! Was ist? Da! Was willst du? Hast du wirklich gedacht, du könntest dich darin vor mir schützen? Es geht nicht um den Schutz vor dir. Ich stehe hier mit meinen Leuten und du bist allein und willst dich mir widersetzen. Ich bin nicht allein. Wenn sie kommen, kommen sie verzweifelt und in großer Zahl. Schlangen auch? Alles, was da kreucht und fleucht. Bedenke nur, er wählte dich nicht ohne Grund. Entert die Arche! Es liegt in deinen Händen, Noah. Es fängt an. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020